Künstliche Intelligenz, die Probleme jeder Art lösen kann, also für alle Fragen eine Antwort hat, ist bisher noch pure Fantasie und wird es auch noch über Jahrzehnte bleiben. Diese sogenannte starke KI ist eine selbstständig denkende und handelnde Maschine, die in natürlicher Sprache mit uns kommuniziert. Sie gehört jedoch noch in den Bereich der Science Fiction. KI begegnet uns im Alltag jedoch schon sehr häufig, zum Beispiel in Form von Empfehlungssystemen, Sprachassistenten oder Assistenzsystemen. Das sind aber KI-Lösungen für jeweils spezielle Aufgabenstellungen. Deshalb sprechen wir hier von schwacher KI. Heutige KI-Systeme müssen zunächst mit unserem Wissen und unseren Erfahrungen gefüttert werden. Die großen Mengen an Daten kann die KI gut verarbeiten und komplexe Muster in ihnen erkennen. Die KI setzt dort an, wo Probleme der Datenauswertung schwer lösbar oder sogar unlösbar für uns erscheinen. Es müssen also nicht mehr die EntwicklerInnen programmieren, wie die Daten Schritt für Schritt ausgewertet werden sollen. Die KI findet selbstständig den Weg, zugesuchten Informationen heraus, um für uns Wissen zu generieren. Man spricht von einem maschinellen Lernen aus Erfahrung. Die künstliche Intelligenz besitzt dabei keinen Verstand. Sie kann nur Antworten auf die spezifischen Fragen geben, für die wir sie programmiert haben. Falsches Wissen oder Vorurteile kann die KI nicht erkennen. Sie ist eben doch nur ein Hilfsmittel für uns, mit dem Ziel, unseren Alltag zu erleichtern, uns bei Aufgaben zu unterstützen und Prozesse wie zum Beispiel in der Produktion oder Bildung effizienter und individueller zu gestalten. Dabei soll KI nicht den Menschen ersetzen, sondern vielmehr Routineaufgaben abnehmen, sodass wir uns dem Wesentlichen widmen können. KI ist die Schlüsseltechnologie unserer Zeit. Und umso wichtiger ist es, dass wir alle verstehen, wie KI funktioniert und wie sie uns im Alltag zur Seite stehen kann. Oder wo wir eben lieber selber unsere Entscheidung treffen wollen. Sie sind schon bereit für die Unterstützung durch KI in Ihrem Arbeitsalltag? Wir helfen Ihnen dabei, KI-Potenziale zu erkennen und begleiten Sie gerne auf dem Weg der Planung, Erstellung und Nutzung von KI-Lösungen in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Lassen Sie uns gemeinsam die Chancen und Herausforderungen identifizieren und melden Sie sich gerne bei uns. Lassen Sie uns gemeinsam die Chancen und 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 die Chancen.